Hallo Utakus und die, die es werden wollen, es ist Zeit für Anime. Heute spielen wir Pokémon Stadion, die Minigames. Viel Spaß! Drücke Start. Okay, machen wir einfach mal. Einzelspieler ist Kapador. Wir drücken A, um zu springen. Ganz einfach also. Ah, wir müssen A drücken, um oben an den Drücker zu kommen. Ist schon echt lustig mit ihren Kapador, Kapador. Oh, es sind am Ende 19 Punkte, immerhin. Gewonnen! Und jetzt wählen wir Pipis Schule. Hier müssen wir das Steuerkreuz nur in die richtige Richtung drücken. Eigentlich ganz einfach. Mal sehen. Okay, oben, unten, oben, unten. Puh, das erste wäre geschafft. Aber man kann sich auch ganz leicht verdrücken. Okay, nächste Runde. Hoch, runter, hoch, runter und links und links eigentlich. Mal sehen. Oh, da habe ich mich wohl verdrückt. Aber gemerkt habe ich es mir eigentlich. Hm, ob ich das jetzt noch schaffe? Das war hoch, runter, hoch, runter, links, links und runter und runter, glaube ich. Hm, hä? Schon wieder falsch. Doch ich habe da alle richtig gedrückt. Na, da kann man sich, wie gesagt, leicht verdrücken. Naja, kann man nichts machen. Man kann ja nicht immer gewinnen. Na gut, neues Spiel. Ratzfatz rennen. Okay, vor und zurück, um zu springen. Und A, um zu laufen. Probieren wir mal. Ah, Mist. Einmal hängen geblieben. Aber jetzt schnell. Ob ich es jetzt noch schaffe? Mal sehen. Ah, Mist. Wieder hängen geblieben. Ah, ganz knapp Zweiter. Naja, wie gesagt, man kann nicht immer gewinnen. Das nächste Spiel. Hypno. Mal sehen. Das habe ich früher nie so richtig hinbekommen. Vielleicht ja jetzt. Mal gucken. Glaube A muss ich nur drücken, wenn das Pendel in der Mitte ist. Mal probieren. Jetzt muss ich mich aber konzentrieren. Oh, es wird immer schneller. Oh. 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 Was? Ich habe gewonnen? Okay. Wie habe ich das nie hingekriegt? Naja, mal gewonnen. Okay, jetzt kommt Donnerblitz mit Voitoball und Pikachu. Okay, A und B abwechselnd. Ich glaube immer, wenn die Farbe dort erscheint. Ja. Hm, ist gar nicht so einfach immer grün und blau immer zu wechseln. Ah, ich glaube, das habe ich früher auch nie hinbekommen. Nee, nee, es wird mischt. Es wechselt zu schnell. Heute ist Pikachu auch gar nicht da. Sonst immer ist immer noch ein Pikachu dabei. Schaffe ich einfach nicht. Da kann man nichts machen. Der Außen hat gewonnen. Oh Mann, da werden die alle gegrillt. Okay. Hey, jetzt schlürp. Bewegen und A ist Essen. Hm, soll es da oben Torten sein? Aber ich glaube, es ist Sushi. Die drei Tassen lassen wir erstmal aus. Aber das können wir essen. Oh Mann, da! Oh Mann, da! Guck mal, da kommt so eine große Sushi. Oh Mist, hat er mir weggefuttert. Ja, na endlich habe ich eine bekommen. Und da kommt nochmal eine und gleich noch eine. Ja. Und jetzt taucht nochmal eine auf. Mann, habe ich Glück. Mann, ist das ein Haufen Sushi. Na ja, Sushi ist jetzt nicht so mein Fall. Aber es gibt Leute, die mögen das. Und? Na, mal sehen. Also ich bin ja nicht rumgelaufen. Mal sehen, ob es reicht. Ja, 5000. Ich habe es geschafft. Gewonnen. Und jetzt kommt Rettern. Okay, links und rechts bewegen und mit den Steuerknüppeln zurückziehen. Genau, so war das. Hey, gleich auf Anhieb. Mann, habe ich Glück. Ah, irgendwie will mir das nicht so jetzt gelingen. Mal sehen. Na endlich, wieder eins erwischt. Puh, jetzt habe ich drei. Ich glaube, ich bin in Führung. Ist gar nicht so einfach, das anzuvisieren. Ja, vier. Ich bin in Führung. Oh, ein goldenen. Den muss ich haben. Die bringen viel. Ja, zwei Punkte. Und ich bin in Führung. Ich glaube, das sollte ich schaffen. Ja, gewonnen. Auch wenn ich viele daneben gezielt habe. Aber ich glaube, das habe ich fast immer gewonnen. Das Härtener-Duell. Ah, ist Härtener? Eigentlich ganz einfach. Immer wenn Steine kommen, muss ich fürs A drücken. Ach Mann, gleich den ersten vermasselt. Ah, ich bin ein Saftkorn. Ich glaube, die anderen sind Kokonas. Ich glaube, die sind alle gleich gut. Das macht keinen Unterschied. Mann, ich bin echt gut. Bis jetzt? Na gut, am Anfang war einer. Ja, es klappt ganz gut. Ach, hätte ich bloß nichts gesagt. Ja, jetzt bin ich wieder am Flow. Ah, doch nicht. Hm? Jetzt muss ich mich konzentrieren. Sonst verliere ich ja noch. Was war denn das? Aber es ist schon vorbei. Ich habe gewonnen. Das letzte mit Sandama. Glaube ich schaufeln. R und L. Ja, ja. Das war einfach. Das habe ich fast immer gewonnen. Los geht's. Los geht's. Immer nur so links, rechts, links, rechts schaufeln. Das ist doch leicht. Na, ich habe es gleich. Ja, da ist die Fontäne. Ich habe gewonnen. Okay, das waren die Minigames. Wenn dir das Let's Play gefallen hat, dann lasst mir doch einen Daumen nach oben da. Dann wisst ihr, da bin ich happy. Und lasst doch ein Abo da, um kein Video mehr zu verpassen. Danke. Dann hören wir und sehen wir uns bei meinem nächsten Video wieder, wenn es wieder heißt Zeit für Anime. Ciao, Otakus und die, die es werden wollen.